Hier sehen Sie die tolle Dekoration, was Matthias wieder gemacht hat. Wir haben heute das Motto Sylt. Heute gibt es alles ein bisschen mäßig Sylt und da werden wir schön feiern. Wir werden mal gucken, was es Leckeres gibt. Matthias hat uns einiges gezaubert und da freuen wir uns doch jetzt schon.